Herzlich Willkommen zu Step-A-Robic, ich bin Linda, wir fangen an, machen uns warm. Wasch hier erstmal mit rechts am Platz, so ein bisschen zum Warmwerden. Bringt Spannung in den Bauch, den zieht er leicht nach innen hier, genau. Die Arme nach oben einatmen, strecken und aus, öffne weit. Nochmal lang hoch, ein und aus, zwei davon, strecken und ab. Letzter noch, hoch, genau. Jetzt tippen hier die Fußspitzen auf den Step im Wechsel vor und die Arme im Wechsel mitschwingen. Rechts und links, hoch, hoch. Nimm den Arm auf Schulterhöhe mit, hoch, hoch. Genau. Vor, hoch, tipp, tipp. Acht mal noch mit den Armen hier vorne, dann steigern wir gleich den Arm über den Kopf. Noch vier, drei, zwei, lang nach oben, jetzt hoch, hoch, sieben, sieben, genau. Weit, hoch, acht strecken, hoch. Vier mal drei in den Basic, wir kommen hoch und tief, auf den Step und ab. Hoch und ab, die ganze Stufe hoch und tief. Genau, jetzt geht ihr immer mit der Ferse zuerst auf den Step. Rollt den Fuß mal von der Ferse ab. Ferse, ab, Ferse, ab, genau. Hoch, ab. Immer noch an die Bauchspannung denken. Jawohl, zweimal hoch. Und die Arme schwingen mit hoch und tief. Vorne hoch und ab. Atme nochmal weit ein. Vier noch, lang und ab. Hoch und tief. Neuer Schritt, tipp ab, wir gehen leicht Richtung Ecke. Tapp, Schritt, tapp. Das geht im Wechsel. Einmal hier zur linken Ecke, einmal rechte Ecke. Rechter Fuß und linker Fuß. Rechter Fuß, links. Jawohl. So, dabei machen wir einen Reverse Butterfly. Wir ziehen die Arme weit auf Schulterhöhe auf. Schulterblätter spannen an, obere Rücken ziehen nach hinten zusammen. Gut, zieh. Zieh. Vier mehr. Auf. Drei. Zwei. Arme locker, Beine weiter im Tapp ab. Hoch und tief. Viermal. Hoch. Drei. Zwei. Ab. Jetzt zieht ihr immer ein Knie nach oben. Komm mit. Hoch. Jawohl. Zieh. So, kriegen wir mehr Spannung in die Bauchmuskulatur. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Zieh. Genau. Rechter Fuß, linker Fuß. Genau. Ich sag immer den Fuß an, der auf den Step geht. Rechts. Und links. Sehr gut. Zieh jetzt das linke Knie dreimal am Stück hoch. Zwei. Eins. Und wechsel. Komm. Hier. Drei. Zwei. Eins. Nochmal. Drei. Zwei. Eins. Hoch. Hoch. Wechsel. Immer drei. Hoch. Wechsel. Zieh. Zieh. Letzter. Noch einmal hier rechts. Wechsel. Links. Single. Wechsel. Einmal hier und wechsel. Hoch. Zieh. Wieder nur Single. Nieders. Hoch. Nochmal hier auf. Drei Mal. Komm. Hoch. Hoch. Wechsel. Tippt immer kurz am Boden auf. Komm mit. Hoch. Tipp. Hoch. Tipp. Hoch. Wechsel. Hoch. Tipp. Hoch. Tipp. Arme. Achtung. Die Strecke ran. Ran. Nochmal wechseln. Zieh. Zieh. Zum Knie die Hände. Drei. Zwei. Eins. Normal. Jede Seite zweimal noch. Auf drei. Zwei. Eins. Wechsel. Hoch. Hoch. Zieh. Zieh. Jetzt müsstest du ein bisschen warm werden mit der Zeit. Tippt ab. Locker. Tippt. Tippt. Genau. Einfach nur leicht die Arme mitnehmen. So. Ihr bleibt in der Bewegung. Ab jetzt drehe ich mich mit dem Rücken zu euch. Und mache das Ganze mit hoch. Zieh. Beim Hochgehen öffnet jetzt die Arme auf Schulterhöhe. Auf. Auf. Und ran. Auf. Und ran. Lange Arme weg. Spannung im oberen Rücken. Zieh. Weg. Weg. Viermal davon. Tippt ab. Drei. Ohne Arme weiter. Stütz die ein. Tippt ab. Aus diesem Tipp wird jetzt ein Curl. Wir ziehen die Ferse zum Po. Hoch. Zieh. Rück. Achtmal Single. Hoch. Zieh. Vier davon Single Leg Curl. So heißt der Schritt. Nochmal der Tap ab. Arme auf. Weit. Hoch. Zieh. Bauchspannung. Rücken fest. Lang. Zweimal. Der Leg Curl. Im Wechsel. Hände eingestützt. Zuerst. Hoch. Fest die Ferse ran. So kommt Spannung in Po und Oberschenkel. Rückseite. Hoch. Den gibt es jetzt auch immer auf dreimal. Kommt rein. Hoch. Tap. Hoch. Tap. Hoch. Wechsel. Zieh. Tap. Sehr schön. Nochmal. Hoch. Hoch. Wechsel. Weiter in den Schritt mit dreimal heben. Und dazu strecken wir jetzt die Arme nach hinten weg. Lang. Lang. Und wechsel. Rück. Rück. Und wechsel. Zieh. Zieh. Wechsel. Jede Seite einmal noch. Drei. Zwei. Eins. Der Tap ab. Arme auf. Kopf. Hoch. Weit. Vier davon. Single Tap ab. Drei. Zwei. Single Leg Curly. Arme stützen ein. Dann lassen wir die an der Hüfte. Zwei nur noch. Und jetzt auf drei am Stück. Arme rück. Zieh. Wechsel. Jede Seite. Einmal noch der Repeater. Auf drei. Zwei. Eins. Wechsel. Locker. Tap ab. Tap down. Locker. Kurz durchatmen. Jetzt wird das Ganze ein bisschen reduziert. Wir machen nur noch vier Tap ab. Arme auf. Drei. Zwei. Single Leg Curl. Hoch. Achtung. Achtung Repeater. Dreimal. Rück. Rück. Wieder Tap ab. Vier davon. Tap ab. Drei. Zwei. Nur zweimal Single Curl. Single. Single. Und Repeater. Drei. Arme. Tap ab. Tap down. Arme auf. Auf. Zwei mehr. Jetzt kommt der Curl. Arme ran. Jeweils. Und auf drei. Rück. Rück. Links. Tap ab. Curl. Vier. Drei. Zwei. Der Single Curl. Ferse hoch. Und drei davon. Weg. Jetzt noch einmal rechts und links. Hoch. Vier. In den Curl. Single, Single. Und die drei am Stück. Arme strecken. Letztes Mal mit links beginnen. Vier. Drei. Zwei. Der Single Curl. Zieh. Rück. Auf. Drei. Rück. Rück. Tap ab. Locker. Locker. So. Wir verändern jetzt noch bei den vier Tap up, Tap down. Zwei davon. Das ist uns noch so viel vom gleichen Schritt. Bleib kurz im Tap ab. Nimm nur die Arme mit hoch. Hoch. Zieh. Genau. Lang hoch. Wir machen oben jetzt einen schnellen Trippel-Schritt. Trippel. Ran. Hopp, hopp, hopp. Ran. Ein leichter Hüpfer hoch. Drei kleine Schritte. Drei. Und ran. Drei. Und ran. Wem das zu anstrengend wird, der kann auch ruhig weiter den Tap up machen. Das ist eine Alternative. hoch. Hoch. Vier mehr. Lang. Drei. Zwei. Normaler Tap up ohne Arme. Hoch. Locker durchatmen. Hoch. Alles gut soweit? Okay. Zuhören. Wir machen zwei Tap up mit geöffneten Armen und dann zweimal den Triple mit den Armen nach oben. Ich gebe gleich den Einsatz. Vier locker Tap up hoch und ab. Drei. Zwei. Ab jetzt die Arme auf. Zweimal. Auf und zu. Trippel-Arme hoch. Nochmal. Öffnen. Auf. Auf. Immer nur die beiden Schritte im Wechsel. Hoch. Öffnen. Zwei. Ziehen. Komm hoch. Letztes Mal. Auf. Auf. Komm hoch. Kurz an der Stelle marschieren. Auf rechts. March. So. Ihr dürft einen kleinen Schluck trinken. Und dann bauen wir das noch mit zusammen. Dann haben wir unseren ersten Teil. Ja, aber er ist groß. Er darf ruhig die Beine bis dahin heben. Sonst merkt er ja nichts. Okay, also alle ab 1,68 müssen den Step eine Stufe höher stellen. Kurzer Umbau. Ne, lassen wir mal. Jeder wie er hat. Wir machen weiter. Komm zurück hinter unserem Step. Wenn ihr da seid, atmet nochmal durch. Ab. Alle soweit. Von Anfang Tap ab. Zweimal die Arme öffnen. Rechts. Links. Jetzt Triple hoch. Genau. Leg Curl. Ferse rück. Single, Single. Und dann drei am Stück. Arme rück. Rück. Nochmal Tap ab. Arme auf. Doppel. Triple hoch. Single Curl. Ferse rück. Ziehen. Ziehen. Und drei davon. Rück. Rück. Nochmal Anfang rechts. Öffne weit. Auf. Komm lang hoch. Triple und ab. Triple. Der Leg Curl. Hoch. Feste Anspannen. Und drei. Hoch. Hoch. Links. Auf. Super. Komm Triple hoch. In den Single Leck Curl. Ziehen. Ziehen. Und dreimal hier. Arme mit. Mit. Einmal rechts. Links noch. Dann machen wir weiter. Komm hoch. Lang. In den Curl. Rück. Rück. Auf rein. Tap up. Auf. 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 Triple lang. Ab. Lang. Der Curl. Single. Ziehen. Ziehen. Und drei davon. Rück. Rück. Bleib im Tap up. Locker. Tap up. Die Füße einfach weiter laufen lassen. Achten. So. Schultern mal nur deinen Kreis nach hinten. Kreis rücken. Beide Kreise. Immer mit der Ferse erst auf den Step. Ferse. Zweimal. Marschiert mit rechts am Platz. Acht. Vier. Drei. Tap up. Tap down. Hoch. Dazu nochmal Schulter kreisen. Rück. Rück. Wir gehen jetzt acht Schritte um den Step herum. Eine Runde um den Step gehen. Am Platz marschieren. Gerade nochmal eine Runde. Komm. Marschier am Platz. In den Tap up mit Schulter kreis. Rechts. Nur noch zwei davon. Hoch. Und um den Step. Und um den Step. Am Platz marschieren. Nochmal die vier Tap up mit Schulter. Rück. 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 Zwei mehr. Um den Step herum. Und am Platz. Bleib. Bleib. Step up hoch. 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 Wir machen ab jetzt ein Knee-Liften. Hatten wir eben im Warm-up. Zieh das Knie hoch und dazu den entgegengesetzten Ellenbogen mit zum Knie nehmen. Genau. Hoch. Zusammenziehen. Run. Run. Vier mal. Single. Knee-Lift. Drei. Zwei. Step up mit Schulter kreis. Kopf. Hoch. Hoch. Zwei mehr noch. Hoch. Runde um den Step. Knee-Lift. Single. Rechts. Hoch. Hoch. Links. Marche am Platz. Bleib. In Gedanken so ein bisschen acht Schritte mitzählen. Wenn wir dann wieder zurückgekommen sind, geht's direkt in den Knee-Lift. March. Grad noch eine Runde. Wieder vier Tap-up mit Schulter kreis. Der Anfang. Komm. Schulter. Noch zwei. Um den Step. Acht Schritte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Knee-Lift. Step. Hoch. Super. Nochmal. Schulter kreis. Hoch. Zwei mehr. Um den Step. Komm mit. Knee-Lift. Jetzt. Hoch. Super. Bleib im Knee-Lift. Vier Single. Drei. Zwei. Und jetzt machen wir hier auch drei am Stück. Knie-Tap. Knie-Tap. Wechsel jetzt. Komm. Hoch-Tap. Hoch-Tap. Nochmal. Zieh. Zieh. Und wechseln. Hoch. Hoch. Einmal rechts. Einmal links. Letzter. Von Anfang. Schulter kreis. Nur noch einmal jetzt. Um den Step. Super. Single Knee. Rechts hoch. Links. Und jetzt drei am Stück. Step up. Schulter kreis. Bleib viermal hier. Drei. Zwei. March am Platz. Wir müssen erst nochmal hier die andere Seite zum Wiederkreis finden. So. Ich weiß, ihr seid schon einen Schritt weiter, aber wir kommen jetzt langsam hin. So. Ob jetzt was wir andersrum marschieren? Links. Acht Schritte. Dann direkt Tap up. Vier. Drei. Zwei. Tap up. Hoch. Direkt weiter. Knee lift. Single. Hoch. Nur Single erst. Entgegengesetzter Arm. Geh. Hoch. Zieh. Macht nun Repeater. Knee auf drei. Hoch. Hoch. Wechsel. Hoch. Hoch. Jede Seite. Einmal noch Repeater. Hoch. Hoch. Wechsel. Tap up. Schulter kreis. Zweimal. Um den Step. Go. Single Knee lift. Jetzt. Step knee hoch. Zieh. Hoch. Drei davon. Tap up. Schulter kreis. Jetzt haben wir alles. March. Um den Step. Knee lift. Rechts hoch. Links hoch. Und dreimal. Hoch. Hoch. Tap up. Schulter kreis. Hier. Um den Step. Knee lift. Links hoch. Genau. Und noch drei davon. Hoch. Hoch. Wieder rechts. Step up. Schulter. Um den Step. Acht Schritte. Dann der Knee lift. Jetzt. Komm. Hoch. Hoch. Und drei. Zieh. Zieh. Step up. Schulter. Hoch. Hoch. Herum. Knee lift. Single. Zieh. Zieh. Und drei. March. Locker. Am Blatt. Hier. Super. So. Kurze March bleiben. Wir erinnern uns an den ersten Teil. Das war das Öffnen beim Tap up. Der Triple hoch. Dann hatten wir die Leg Curls. Und dann auf drei mit den Armen zurück. Machen wir die rechte und linke Seite. Bleib hier. Ab und noch mal tief ein und aus. Lang. Und ab. Letzter. Der Tap up und die Arme seitlich auf. Rechts. Hoch. Triple Obe. Lecker. Ferse rück. Zieh. Und drei davon am Stück. Repeater. Hoch. Tap up. Arme auf. Linke Seite fängt an. Triple Obe. Hoch. Ab. Hoch. Der Leckerl. Ferse eng. Heran. Zieh. Und drei Mal. Hoch. Nochmal rechts. Links. Arme auf. Zieh. Zieh. Kommt. Triple hoch. Leckerl. Rück. Rück. Drei Stück. Zieh. Zieh. Tap up. Öffne. Weit. Weit. Triple hoch. Genau. Leckerl. Zieh. Zieh. Dreimal. Arme mit. Linkste Teil. Tap up. Schulter. Rück. Um den Step. Acht Schritte. Knee lift. Single. Zieh. Zieh. Und dreimal hier. Hoch. 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 Wieder Tap up Schulter. Zwei davon. Um den Step heel rum. Knee lift. Links hoch. Jawohl. Und dreimal. Zieh. Zieh. Bleibt mal Repeater. Nie. Komm. Repeater. Drei. Drei. Hoch. Wechsel. Nur dieser Schritt. Nochmal. Hoch. 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 So. Ihr guckt mir zu. Macht mal weiter. Es geht nur noch einmal Knee lift. Einmal rück. Einmal knee. Komm. Knee. Rück. Knee. Dabei wechseln sich die Beine. Rück. Wir müssen schnell wechseln. Rechts. Links. Rechts. Komm mit. Links. Rechts. Links. Komm. Hoch. Weg. Hoch. Hoch. Halt das hintere Bein wieder hoch. Zieh. Wir machen mal Zeitlupe langsam. Step. Hoch. Step. Tief. Step. Hoch. Wechsel. Komm mit. Step. Ran. Zieh. Rück. Hoch. Tempo. Komm. Schritt. Nie. Tief. Hoch. Rechts. Links. Rechts. Super. Kopf. Links. Rechts. Links. Nochmal. Eine Mal nach pro Seite. Hoch. Weg. Hoch. Komm. Zieh. Locker. Tap up. Atme durch. Okay. Einfach mal die Arme nach hinten schwingen. Auf. So. Und diese Variante mit dem Knie, mit dem langen Bein und nochmal Knie, die bauen wir in den zweiten Teil ein. Hoch. Hoch. Schulter kreis. Step up. Marschiert links herum. Komm. Single. Knee lift. Single. Jetzt die Variation. Einmal Knie, einmal lang. Und wieder Schulter kreis. Um den Step. Um den Step. Komm. Single knee lift. Zieh. Zieh. Variation. Knie lang. Rück. Super. Locker. Tap up. Locker. Erster, zweiter Teil nochmal zusammen. Danach gibt es wieder eine Trinkpause. Hoch. Hoch. Alles von Anfang. Arme öffnen. Seit. Weit. Schulter höher. Triple hoch. Lecker. Fähr zurück. Single. Und davon dreimal. Weg. Weg. Nochmal öffnen. Weit. Triple hoch. Der Lecker. Zieh. Zieh. Und dreimal. Rück. Zweiter Teil. Schulter kreis. Hoch. Hoch. March. Genau. In den Single knee lift. Zieh. Zieh. Nie und lunge. Großer Schritt rück. Super. Schulter kreis. Komm. Hoch. Um den Step. Knee lift. Single. Hoch. Hoch. Knie und große Schritt rück. Zieh. Weg. Tap up. Locker. Locker. Super. Ihr bleibt nicht stehen. Immer ein bisschen in Bewegung. Jetzt ist der Puls schon recht hoch. Aber was trinken dürft ihr kurz mal. Weiter ein bisschen bewegen. So. 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 Wer wieder da ist, kommt mit in den Tap Up, Tap Downs zurück. Komm rechts und links. Wir wiederholen gerade noch mal ersten und zweiten Teil und dann brauchen wir noch einen letzten dazu. Anfang Arme auf. Zweimal auf. Triple. In den Leckerl-Ferse hoch. Dreimal. Hoch. Hoch. Arme auf. Anfang. Triple. Der Leckerl-Rück. Zieh. Zieh. Und dreimal. Zweiter Teil mit Schulterkreis. Rück. Um den Step-Marsch. Single Knee Lift. Zieh. Nie und Schritt zurück. Hoch. Weg. Hoch. Schulterkreis. Rück. Wir gehen auch jetzt rechts rum. Single Knee Lift. Komm hoch. Hoch. Repeat the knee und rück. Tap up, tap down. Hoch. Genau. Nächster Schritt. Kick nach vorne. Step-Kick. Step-Kick. Langes Bein. Streck das Bein mit Spannung. Vor. Vor. Die Arme gehen mit vor und ran. Beide vor und ran. Komm. Schieb weg und ran. Vor. Jawohl. Acht. Weg. Weg. Viel noch. Hoch. 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 Drei. Zwei. Am Platz. Marschieren auf rechts. Platz. Hier. Wir gehen jetzt hoch in den Basic. Den hatten wir ganz am Anfang schon im Warm-up. Hoch und tief. Vor und ab. Frontal zum Step-Steck. Hoch. Ab. Hoch. Tief. Auch dabei nochmal drauf achten, dass zuerst die Ferse auf dem Step ankommt und dann der Fuß abrollt. Und wieder der Kick zur Ecke. Arme weg. Vor. Weg. Spannung im Bauch. Zieh den Bauchnabel nach innen. Weg. Nochmal Basic. Frontal hoch. Und ab. Hoch. Ab. Dazu schwing deine Arme vorne hoch und tief. Ab. Lang. Und ab. Gut. Vier mehr. Hoch. Drei. Zwei. Nur noch viermal der Kick im Wechsel. Step. Kick. Kick. Basic vor. Hoch. Hoch. March. Am Platz. Auf rechts. March. March. So. Jetzt kommt noch ein letzter Schritt. Und zwar machen wir einen großen Schritt über den Step. Drehen uns mal eine Vierteldrehung und ziehen hier tief in die Kniebeuge. Tief. Hoch. Macht erstmal nur Kniebeugen. Tief. Hoch. Bauch bleibt fest. Oberkörper möglichst auf rechts. Federt unten dreimal. Drei. Zwei. Eins. Streck. Lang. Tief. Zwei. Drei. Hoch. Immer drei. Unten. Und strecken. Hoch. Bei dem Strecken gehen wir jetzt zurück nach Hause hinter den Steps. Tief. Zwei. Drei. March. Am Platz. Auf rechts. Bleib auf rechts. So. Jetzt machen wir viermal den Basic nach oben mit dem Arm schwingen. Danach geht es direkt in dieses Tiefziehen. March am Platz. Weiter. Vier. Drei. Basic hoch. Viermal. Hoch. Ab. Drei. Ab. Zwei. Ab. In den Ausfallschritt über den Step. Drei. Zwei. Zurück. Nochmal. Tief. Zwei. Drei. Rück. Tief. Zwei. Zwei. Setz den Fuß ein bisschen zurück auf. Tief. Zwei. Abdruck. Vier davon. Und rück. Drei. Und rück. Zwei. Letzter. Tief. Okay. Ran. Okay. Wir machen direkt die andere Seite. Mal nur der Ausfallschritt rüber. Dreimal unten ziehen und dann setzen wir das Bein wieder nach hinten ran. Jetzt nur mit links. Los geht's. Drei. Zwei. Eins. Zurück. Drei. Zwei. Eins. Rück. Tief. Zwei. Drei. Und tief. Ganzen Fuß aufsetzen. Und tief. Zwei Mal noch. Tief. Zieh. Zieh. Und rück. Letzter. Und march links. Vier Mal links. Der Basic mit dem Armschwung hoch. Dann das Federn. Komm. Hoch. Drei. Zwei. In den Ausfallschritt. Sogenannter Squat. Zurück. Nochmal. Tief. Zwei. Weiter. Zwei noch. Rück. Letzter. Rück. Und march. Links. Bleib auf links mal kurz. Wir fangen mit links den Kick an. Vier davon. Komm. Step Kick. Drei. Zwei. Der Basic hoch. Arme schwingen. Hoch. Ab. Über den Step. Dreimal tief. Zieh. Zieh. Rück aufsetzen. Nochmal. Tief. Zieh. Rück. Zwei davon. Rück. Letzter. Gut. Okay. So. Bleibt hier. Jetzt wird das Ganze ein bisschen reduziert. Wir machen nur noch zweimal den Kick mit den Armen. Zweimal der Basic. Und dann geht es einmal mit dem rechten Bein, beziehungsweise links drüber. Und einmal rechts drüber. Probieren wir. Fangen wir mal rechts an. March. Kurz ein- und ausatmen. Ich hoffe, das passt, dass wir auch den direkten Seitenwechsel haben. Müsste aber. Kick im Wechsel. Komm. Vor. Basic hoch. Vor. Lange Arme. Über den Step. Drei. Zwei. Wechsel das Bein. Komm links. Tief. Zwei. Der Kick mit links. Weg. Super. Basic vor. Ab. Über den Step links. Drei. Zwei. Wechsel den Fuß. Tief. Zwei. Nochmal der Kick mit rechts. Komm. Kick. Basic vor. Lang. Über den Step zieh. Drei Mal. Drei Mal. Tief. 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 Wechsel. Kopf. Linke Seite. Der Kick. Vor. Basic vor. Lange Arme hoch und ab. Drei Mal tief ziehen. Wechseln. Rechts. Tief. Marsch am Platz. Rechts. Könnt ihr noch? Ab jetzt wird nichts verändert. Wir müssen uns jetzt nur noch merken. Wir trinken letztes Mal. Und dann geht's los. Alles noch ein paar Mal durch. Von Anfang bis Ende. Drei Teile. Wie gesagt, immer ein bisschen weiter bewegen. So. Kommt zurück in den Marsch. Hinter den Step. Wir erinnern uns an den ersten Teil. Öffnen. Triple. Lecker. Ferse hoch. Damit geht's los. Öffnen. Tap ab. Jeder Schritt zweimal. Triple. Hoch. Lecker. Ferse rück. Davon drei Stück. Zieh. Zieh. Anfang. Arme auf. Zweimal. Triple. Hoch. Der Lecker. Ferse. Zieh. Zieh. Drei davon. Nächster Teil. Schulter kreisend. Komm. Hoch. Wir laufen um den Step. Knee Lift. Zieh. Zieh. Dreimal. Mit Rück. Schulter kreisend. Ihr könnt auch weiterhin dreimal das Knie heben. Marschiert. Single Knee Lift. Single. Single. Dreimal oder nach hinten weg. Kick. Jawohl. Kick. Letzter Teil. Basic hoch. Vor. Über den Step dreimal federn. Tief. Komm. Wechsel. Tief. Mit links der Kick. Hoch. Basic vor. Über den Step. Drei. Zieh. Wechsel. Viertel. Drei. Zwei. Anfang. Tap up. Auf. Ohne Pause geht's direkt weiter. Ferse rück. Drei. Arme auf. Alles links. Rechts. Hoch. Hoch. Ferse. Drei. Zieh. Zieh. Schulter kreisen. Um den Step. Knee Lift. Komm. Hoch. Hoch. Dreimal. Zieh. Und weg. Zieh. Schulter kreisen. March. Single Knee Lift. Und dann könnt ihr gleich entscheiden, ob ihr dreimal Knie oder mit dem Schritt zurück. Jetzt. Super. Kick weg. Dritter Teil. Vor. Hoch. Lange Arme. Ausfallschritt über den Step. Drei. Zwei. Eins. Wechsel. Oberkörper aufrecht. Bauchspannung. Links. Kick. 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 Hoch. Vorne. Lang. Und ab. Ausfallschritt. Drei. Zwei. Wechsel. In den Step. Ab. Locker. Locker. So. Jetzt testen wir nochmal so ein bisschen, ob wir noch wach sind. Und zwar splitten wir jetzt. Wir haben immer den ersten Teil auf rechts, links gemacht. Zweiter auch. Aber wir teilen die jetzt in der Mitte. Erster Teil fängt mit rechts an. Der zweite dann mit links. Und der dritte wieder rechts. Ich sag das alles einfach. Ganz von Anfang. Arme auf. Zwei. Triple Obe. Lecker. Rück. Rück. Drei davon. Sieben. Jetzt der Schulterkreis. Zweiter Teil. Um den Step. Vier lang. Single Knee Lift. Ziehen. Ziehen. Dreimal oder mit dem Rückschritt. Rück. Kick. Dritter Teil. Kick. Vor der Basic. Hoch. Ab. Ausfallschritt. Tief ziehen. Wechsel. Komm. Hier. Auf. Triple Oben. Der Lecker. Alles fängt jetzt mit links an. Drei davon. Und zweiter Teil. Schulterkreis. Den haben wir rechts. Um den Step hier lang. Jawohl. Knee Lift. Komm. Hoch. Hoch. Knee und Ausfallschritt. Ziehen. Weg. Der Kick. Mit links. Basic. Links hoch. Vor. Ausfallschritt. Drüber. Eins. Zwei. Drei. Wechsel. Tap ab. Locker. Rechts. Schaffen wir noch zwei Runden. Zwei gehen noch. Ich sag jetzt immer weniger an. Die letzten beiden Runden splitten wir auch wieder. Immer rechts. Anfang. Erster Teil. Zweiter. Links. Und so weiter. Atmet nochmal durch. Vier. Tapp ab. Drei. Zwei. Der Anfang. Arme auf. Erster Teil. Triple. Hoch. Lecker. Ziehen. Drei. Rück. Rück. Schulterkreis. Zweiter Teil. Hoch. Rechtsrum um den Step. Single Knee. Zieh hoch. Zieh hoch. Hoch. Nie und Ausfallschritt. Hoch. Weg. Dritter Teil. Kick. Weg. Nach vorne. Basic. Über den Step. Drei. Zwei. Wechseln. Anfang. Öffne die Arme. Links. Triple. Tappel. In den Curl. Zieh. Zieh. Und drei noch. Hoch. Hoch. Zweiter Teil. Schulter. Drei. Um den Step. Single Knee Lift. Hoch. Mit der Variation zurück. Dritter Teil. Kick. Kopf. Weg. Basic. Vor. Über den Step. Drei. Zieh. Nach einmal. Letzte Runde. Direkt von Anfang. Öffne die Arme. Komm. Auf. Hoch. In den Leckerl. Single. So, jetzt nehme ich auch noch mal die Arme mit. Die habe ich jetzt ganz oft vergessen. Ich hoffe, ihr habt die gemacht. Schulterkreis. Kopf. Rück. Zweiter Teil. Um den Step. Der Knee Lift. Tor. Mit dem Schritt zurück. Zieh. Rück. Dritter Teil. Kick. Vor. Basic. Nach vorne. Ab. Über den Step. Drei. Zieh. Spannung im Bauch. Tief. Links. Anfang. Tap up. Aus. Auf. Super. Weiter. Gleich geschafft. Der Leckerl. Zieh. Dreimal. Zweiter Teil. Ah, habe ich schon wieder die Arme vergessen. Ha. Um den Step. Los. In den Knee Lift. Hoch. Hoch. Variation. Nie. Und Ausfallschritt. Letzter Teil. Kick. Komm. Vor. Basic. Frontal. Hoch. Ausfallschritt. Feder. Drei. Tief. Tief. Und ran. Super. March. Am Platz. Bleib im March. Ich komme mit dem Blick zurück zu euch. Noch nicht einfach stehen bleiben. Wir öffnen ein Stück weiter. Ziehen. Hin und her. Fußspitzen zeigen nach außen und auch die Knie ziehen dorthin. Ferner. Arme seitlich halten. Schulterhöhe. Daumen zur Decke. Doppel ziehen. Zwei links. Doppel. Und rechts. Ziehen. Genau. Jetzt neigt ihr bei den Oberkörper mit. Hoch. Und wechseln. Hoch. Und wechseln. Allemal rechtes Bein gebeugt. Linker Arm geht hoch. Ab. Hoch. Ab. Schwung. Genau. Ruhig den Unterarm abstützen. Den Ellenbogen. Weit. Ab. Vier noch mehr über Kopf. Ziehen. Spür die Streckung in der Seite. Zweimal. Und halten. Halt. Zieh lang. Bisschen nachbeugen. Die obere Hand geht von hier aus zum Step. So. Und wir gehen mit dem hinteren Bein herum, dass die Ferse oben ist. Jawohl. Jetzt schaut mit dem Blick nach rechts herüber. Und die Hüfte zieht zum Boden. Spür das Ziehen in den Beinen leicht. Tief. Tief. Ein leichtes Ziehen soll zu spüren sein. Nicht bis an die Grenze gehen. Tief. Tief. Vier. Drei. Tief. 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 Nach vorne drehen. Hände stützen ab. Wir schieben nochmal. Seit. Und wechseln. Schultern mit vor. Schau links. Und rechts. Dreh den Oberkörper mit. Richte dich in der Mitte auf. Und nochmal hin und her. Ziehen. Ziehen. Seit. Seit. Wieder doppelt. Vier nach. Dabei gehen die Arme nochmal mit. Lang und wechseln. Wir bleiben auf der linken Seite. Abstützen. Halten. und der Arm schwingt. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Kärbel. Weit nach oben. Lang. Vier mehr noch. Hoch. Lass den Arm hier oben ziehen. Nochmal mit dem Bein nach. Tief. Tief. Und jetzt drehen wir uns von hier aus zur linken Seite rüber. Hand zum Step. Rechte Ferse hoch. Und die Füfte zieht nochmal hier. Minimal nach unten. Bis ein Ziel in den Oberschenkeln zu spüren ist. Nur noch vier. Tief. Drei. Zwei. Dreh dich vor. Hände stützen ab. Und letztes Mal verschieben mit der Schulter vordrehen. Den Rücken nochmal mit eindrehen. Blick rechts und Blick links. Du bleibst in der Mitte. Knie ein bisschen gebeugt lassen. Hände sind abgestützt. Schultern locker. Zieh nur den Rücken rund. Und lang. Rund ausatmen. Strecken. Roll dich wirbel für wirbel auf. Reiß hier nochmal rück. Wir schließen die Beine langsam. Schüttel ein bisschen aus. Rechtses Bein nach vorne nehmen. Und nur den Fuß kreisen. Rein. Schultern unten. Richtung ändern. Kreisen. Und die andere Seite nochmal. Anderer Fuß oben. Balance finden. Und kreisen. Zur anderen Richtung rüber. So. Jetzt habt ihr hoffentlich alle ein bisschen geschwitzt. Ja? Okay. Lösen nochmal nach oben ziehen. Die Arme im Werkstil ziehen. Und auch die Rippenbögen nochmal lang strecken. Und dann mit einem Schwung nach unten locker lassen. Und damit haben wir es geschafft. Ich danke euch. Ich danke euch.